Als nächstes kommt die Alexandra auf die Bühne. Sie ist die Betreiberin vom Bad Café in Linz. Großen Applaus bitte! Wow! Ja, also ich habe mir, als ich heute Nachmittag erfahren habe, ich soll was sagen, habe ich mir gedacht, das Erste, was ich sagen werde, ist Danke an die Linzer Polizei, dass ihr so empathisch seid, unsere Spaziergänge zu begleiten und nicht zu bestrafen. Das muss ich jetzt leider schon ein bisschen revidieren, weil es passieren jetzt gerade Dinge, die sind nicht mehr sehr empathisch, liebe Linzer Polizei. Aber jeder, wie er glaubt. Dann möchte ich ganz, ganz wichtig jemandem danken, und das ist mein Vermieter, das ist der Johannes Mayer von der Stiftung Altstadt Neu, denn ohne ihn wäre ich jetzt obdachlos, hätte er mir nicht die Miete erlassen, mir meine Kompacht erlassen für mein Bad Café, dann hätte ich nichts mehr. Und dann, danke, danke an meine Familie und meine Freunde, an meinen Sohn, die alle so hinter mir stehen, danke. Aber das war es jetzt leider auch mit den Nettigkeiten, denn Fakt ist, ich habe alles verloren, was ich hatte, noch im März. Ich stehe vor dem Nichts und ich kann nicht mal mehr mein Kind ernähren. Das heißt, ich habe kein Geld, Essen zu kaufen, das klingt sehr pathetisch, das ist es auch, aber es ist ein Fakt, ich habe nichts mehr. Und ich habe viele Freunde in meinem Umfeld oder viele Leute in meinem Umfeld, die schwer depressiv geworden sind aufgrund dieser Situation. Ich bin Gott sei Dank da nicht so anfällig für, dennoch wache auch ich manchmal nachts auf und weine, weil ich nicht mehr weiß, wie das weitergehen soll. Ich habe mich dazu entschlossen, mein Leben jetzt wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ich weiß, dass mein Kopf wahrscheinlich rollen wird, spätestens am Montag, wenn ich mein Bad Café eröffnen werde, um 16 Uhr. Weil ich als Mama die Verpflichtung habe, mein Kind zu versorgen. Und keine Regierung dieser Welt darf mir dieses Recht entziehen. Man kann halten von diesen Corona-Machnahmen, was immer man will, auch von diesem Virus, was man möchte. Jeder soll glauben, woran er glauben will. Ich aber muss für meinen Sohn sorgen. Ich muss dafür sorgen, dass wir nicht verhungern in einem Land wie Österreich. Ich bin eine Geschäftsfrau, ich bin keine Bittstellerin. Ich habe von diesen ganzen Corona-Härtefallfonds nichts bekommen. Ich bin durch jedes Raster gefallen, durch das man fallen kann. Und ohne meine Familie, ohne meine Freunde, ohne meinen Vermieter hätte ich das bis hierhin nicht geschafft. Nur jetzt ist es leider am Ende und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr warten auf eine Perspektivlosigkeit. Ich kann und will nicht mehr warten darauf, dass irgendein Politiker mir erlaubt, meinen Fuß vor die Türe zu setzen oder mein eigenes Geld zu verdienen. Und ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass es mehr Linzer gibt. Ich rufe zu gar nichts auf, denn nur ich werde mein Lokal öffnen am Montag. Aber ich hoffe sehr, dass es einige gibt, die ein bisschen darüber nachdenken, dass wenn ihr nichts tut, wird euch einfach alles weggenommen. Ihr werdet nie wieder euren Laden aufmachen, so wie er einmal auf war. Wenn ihr jetzt nicht aufsteht und alles einfach in euren eigenen Händen nehmt, in eurer eigenen Verantwortung. Ja, es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer es ist großartig, dass ihr alle hier seid. Und es ist eine super Kulisse hier. Nein, es ist toll. Danke vielmals und ja, möglicherweise auf bald. Danke, Alexandra. Wir werden zahlreich natürlich das Bad Café besuchen am Montag.